Königin Camilla gönnt sich eine wohlverdiente Pause von ihren öffentlichen Pflichten, nachdem sie die königliche Festung gehalten hat. Königin Camilla steht an der Spitze der königlichen Familie, während König Charles wegen seiner Krebserkrankung behandelt wird. Königin Camilla wird eine wohlverdiente Pause von ihren königlichen Pflichten einlegen, nachdem sie seit der Bekanntgabe der Krebsdiagnose von König Charles am 5. Februar die Stellung zurückgehalten hat. Sie hat bis zum 11. März keine öffentlichen Termine in ihrem Terminkalender und es wird davon ausgegangen, dass sie einige Zeit mit dem König und ihrer Familie verbringen wird, um sich zu entspannen, wie The Times berichtete. Die königliche Familie wird am 11. März wieder in großer Zahl zum Commonwealth Day-Gottesdienst in der Westminster Abbey erscheinen, an dem auch König Charles nicht teilnehmen wird. Während er sich einer Behandlung unterzieht, hat er sich vorübergehend aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen, obwohl er weiterhin die Redboxes der Regierung erhält und private Treffen abhält. Seitdem die Diagnose des Königs veröffentlicht wurde, hat Camilla 13 Verabredungen unternommen, viele davon alleine, obwohl sie normalerweise mit ihrem Mann zusammen gewesen wäre. Camilla ist derzeit das dienstälteste Mitglied der königlichen Familie, da sie am vergangenen Dienstag, dem 27. Februar, eine Reihe von Mitgliedern in der St. George Chapel in Windsor anführte. Viele britische und europäische Königshäuser kamen zusammen, um bei seinem Gedenkgottesdienst das Leben von König Konstantin von Griechenland zu gedenken, nachdem er im Januar 2023 im Alter von 82 Jahren gestorben war. Prinzessin Anne, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Sarah Ferguson, Prinzessin Beatrice und Sarah sowie Mike Tindall schlossen sich ihr an, obwohl Prinz William aus persönlichen Gründen in letzter Minute ausschied. Kamilla wurde mit der First Lady der Ukraine Olena Zelenska im Clarence House, ihrer und dem Londoner Wohnsitz des Königs, abgebildet. Eine königliche Quelle sagte gegenüber The Times, obwohl sie nicht damit gerechnet hatte, die Position der Familienoberhaupten zu übernehmen, ist die Königin absolut bereit, alles zu tun, was für die Institution getan werden muss. Die Reaktion der Öffentlichkeit hat ihr Auftrieb gegeben. Sie hat Energiereserven gefunden, von denen nicht einmal sie geglaubt hätte, dass sie sie hätte, und die Wertschätzung, die ihr im Palast entgegengebracht wird, ist in die Höhe geschossen, als sie sich ans Steuer setzte. Eine andere der Königin nahestehende Quelle sagte, ihre Majestät ist robust, positiv und entschlossen, weiterzumachen, während der König nicht im öffentlichen Dienst ist. Der König ist stolz und erfreut zu sehen, dass die Show von der Königin und der Allgemeinheit am Laufen gehalten wird. Familie. Zu den weiteren Royals, die diese Woche öffentliche Auftritte wahrnehmen werden, gehören Prinzessin Anne, der Herzog und die Herzogin von Edinburgh, und Prinz William, allerdings ohne Prinzessin Kate. Sie wurde nicht mehr gesehen, seit Kensington Palace im Januar bekannt gab, dass sie sich einer Bauchoperation unterzogen hatte. Sie erholt sich weiterhin zu Hause und wird voraussichtlich um Ostern herum wieder bei der Arbeit sein.